Die Sendung wurde live untertitelt. Hier haben wir David Tennant drauf. Das hier wäre dann die besagte Ritterin. Hier hinten haben wir die Bösen, die Außerirdischen. Hier ist der Doktor natürlich und Rose Tyler. Genau da kommen wir später drauf zurück. Auf der Rückseite haben wir eine kurze Zusammenfassung, eine Nennung der Sprecher und die Laufzeit 50 Minuten, 9 Tracks, eine CD. Die CD schaut so aus. Wir haben hier bereits das neue Doctor Who Logo, also das Logo der 13. Doktorine. Sagt man das so? Also des 13. Doktors. Judy Whitaker. Darunter schaut das Ganze so aus. Das haben wir das gesamte Cast aufgeführt. Warum ist hier dieser Schriftzug bzw. dieses Doctor Who Logo? Das liegt daran, dass die BBC das so bestimmt hat. Heute kommt auf jedes Produkt, wo Doctor Who drin ist, das aktuelle Logo drauf. Ja, ist komisch, klingt komisch, ist aber so. Hier haben wir die insgesamt sechs Hörspiele. Jedes Hörspiel ist für sich einzeln hörbar. Das heißt, die Geschichten bauen nicht aufeinander auf. Es spielt keine Rolle. Es gibt ja auch keine Reihenfolge. Ich kann euch auch keine empfehlen. Ihr könnt die kreuz und quer hören, wie es euch beliebt. Hier haben wir dann nochmal das Heftchen mit den Sprechern. Axel Malzacher, Maren Reiner als Rose und der Doktor. Hier unten eine kurze Information über den Autor. Und hier, wie man es gewohnt ist, nochmal die Aufzählung der Sprecher. Ja, worum geht's? Der Doktor reist mit seinem Companion Rose Tyler, schön, Rose ist wieder da, in das Jahr 1791, um da ein Vorbild zu treffen. Und zwar Ritterin Dior. Das ist ein großes Vorbild des Doktors, ein Held des Doktors. Der Doktor ist allerdings recht ernüchternd, als er sie trifft. Denn sie redet die ganze Zeit nur davon, wen sie alles kennt, wen sie alles getroffen hat. Und das würde der Doktor ja selbst nie tun. Die beiden sind sich also in gewisser Weise sehr ähnlich. Dann wird die Erde von einer außerirdischen Intelligenz angegriffen, die die Menschen entführt und als Sklaven weiterverkaufen möchte. Und um die Ware zu verknappen, soll eine Massenvernichtungswaffe auf der Erde platziert werden. Kann der Doktor natürlich nicht zulassen. Glücklicherweise hat der Doktor ja Fechtunterricht gehabt bei Basil Redbone. Und er sieht ja auch den Kronleuchter, an dem man sich wunderbar hin und her schwingen kann. Terry Pratchett lässt grüßen. Ja, und letzten Endes ist diese Geschichte überhaupt sehr witzig, obwohl die Dramatik der Geschichte ist natürlich auch da. Guy Adams hat die Geschichte geschrieben. Guy Adams nicht verwandt mit Douglas Adams, aber ebenfalls ein Komiker. Er schreibt unter anderem auch Hörspiele für Sherlock Holmes, sowohl den alten Sherlock Holmes als auch den aktuellen Sherlock Holmes. Und er hat auch viele Doctor Who Hörspiele geschrieben. Das ist jetzt sein Beitrag zum zehnten Doktor David Tennant. Im Original, das ist natürlich ein Hörspiel, das auf einem englischen Original-Hörspiel basiert, sprechen tatsächlich auch Billy Piper und David Tennant die Hauptrollen. Hier haben wir natürlich die Synchronsprecher. Da eine Synchronsprecher von David Tennant, der Original-Synchronsprecher Philipp Brammer, leider vor einigen Jahren bei einem schrecklichen, tragischen Unfall ums Leben gekommen ist, haben wir hier Axel Malzacher als neuen Sprecher für den Doktor. Und ja, der macht das sehr gut. Axel Malzacher ist auch die aktuelle Synchronstimme von David Tennant, nur passt es halt nicht so zum Doktor, den David Tennant gespielt hat. Philipp Brammer war etwas flippiger, schneller, obwohl, ne, kann ich so gar nicht sagen, er war etwas anders. Also Axel Malzacher macht das wirklich gut. Man muss sich ein bisschen reinhören, hat man das gemacht, wird einem das hier auf jeden Fall gefallen. Rose, beziehungsweise Billy Piper's Part als Rose, wird gesprochen von Maren Reiner. Das ist die Originalsprecherin, kommt allerdings etwas zu kurz. Und sie spricht die Rose auch nicht ganz so, wie ich sie in Erinnerung habe, etwas anders, genau wie der Doktor, verleiht dem Ganzen einen anderen Charme. Also, was mir hier auch fehlt, wir haben nicht die typischen Zehnter-Doktor-Phrasen, wie Alonzi oder Ähnliches, das fehlt alles. Es hätte genauso gut der Ilfte-Doktor sein können. Also vom Charakter des Doktors her, da fehlt mir ein bisschen die Charakterzeichnung. Abgesehen davon ist die Geschichte sehr gut, sehr lustig auch, trotzdem spannend. Und gerade die Wortgefechte zwischen dem Doktor, der Ritterin und Rose verleihen der ganzen Geschichte noch ein bisschen Pepp. Es ist vielleicht nicht das beste Hörspiel des Doktors, aber auf jeden Fall auch bei weitem nicht das schlechteste. Bei der Ritterin, man ist nicht ganz sicher, ist das eine Frau, ist das ein Mann, beziehungsweise klar, natürlich, es ist eine Frau, aber es hätte auch genauso gut ein Mann sein können, weil sie wurde als Mann großgezogen. Das Ganze erinnert ein bisschen an Lady Oscar, also von der Thematik her. Und generell, ja, der Sprecher oder die Sprecherin macht das sehr gut, diesen Mann oder diese Frau wunderbar so darzustellen, dass man nicht ganz sicher ist, ist das ein Mann oder ist das eine Frau. Also allein von der Stimme her kann man es nicht hören. Die Musik am Anfang reißt den Zuschauer oder den Zuhörer vielmehr direkt in die Welt von Dr. Who. Wir haben das Originalthema, am Schluss auch das Originalthema, zwischendurch immer wieder das Bzzz des Schallschraubers, so dass man direkt weiß, jawohl, das ist ein Dr. Who-Hörspiel. Von mir bekommt dieses Dr. Who-Hörspiel sieben von zehn möglichen Punkten. Wichtig ist noch, man kann dieses Hörspiel auch hören, wenn man die Serie nicht kennt. Hier, wie gesagt, sieben von zehn möglichen Punkten, hat mir gut gefallen, aber lässt noch etwas Platz nach oben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir den Daumen da, schreibt mir was Liebes in die Kommentare und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, euer Michael Speyer.